Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge im Let's Play Life is Strange. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was wir eigentlich machen wollen. Sieht das für mich weniger aus wie ein Besen, als wie ein Wieschmuck. Aber gut. Ich glaube, wir wollen nach dem Essen gucken. Ist das nicht warm genug? Okay. Dinner ist bereit. Getting sick of Ravioni. Ich kann nicht verstehen. Das war Spaghetti a la Diaz. Nichts? Nichts? Ja. Plus... Ich liebe das Darlick bread. Und Ice Cream. Yum. Oh... Du willst auch ein bisschen? Huh, Mushroom? Huh, Mushroom? Man... Man... Sie liebt das Ding. Ich würde das Mikro ein kleines Stück von mir weg machen. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin cool. Entschuldigung. Ich muss dir etwas zeigen. Ähm, okay. Und was? Ich muss ihn zeigen. Ich muss ihn zeigen. Ich denke, ich habe es mit meinen Büchern verlassen. Ich denke, ich habe es mit meinen Büchern verlassen. Ich habe es mit meinen Büchern verlassen. Es ist nichts hier. Dann schauen wir hier mal nach. No way I'm touching that. Shroom. I can't get mad at you. Stop being so damn cute. Eher keine Charakter, außer sie sind unter dem Mund. Okay, come on, doggy. Let's go, girl. Hey, man. Can you call your dog? I don't exist. Mushroom. Come here, girl. What a great team. I don't understand. I don't know. Na na, nicht so Wörter benutzen, ja. Was ist Daniel? Mann, bist du von deinem Geist? Komm schon, nicht so ein Puss. Ja, dann kannst du ja laufen. So, wir können da gehen und... ...they'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they... ...don't like me? They're family, right? Plus they owe us for what Karen... ...for what Mom did. Um... You sure? Was war das? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Man, they're gonna love you. Grandpa's super cool and... ...I'm sure you guys will be best buds. Well... Okay. But... Mushroom has to agree too. She's part of the team. What do you say, girl? Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. Hmm... We should do something fun for our last night here. How about a team with ice? If I win, I get to draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so. Loser. Party time. Okay. Ready to lose? Captain. Watch your butt, matey. And now? Ah. Here we go. Just need a six, a five and a four. Come on. I need a ship. Too bad. I need a ship. Give me a six. Still no ship. Seriously? Haha. Stuck in a harbor. Too bad. Shit. No score. Freaking random. Haha. You're gonna lose. Yes. Full ship. Yeah, yeah. Good job. I need the score now. Pretty please. Ooh. Good throw. Score. Watch out, Sean. I'm so scared. Hmm. Not bad. Come on. My turn. Can I get something better this time? Nothing? Are you kidding me? Doesn't smell good for you. Still incomplete? What the hell? Sounds like a no score. You kidding me? I can see the dice rolling, dude. What did I do? You're just binding us species. Stop cheating, man. You gotta be better than this. Especially now. Whatever. Nochmal mach, beend ich das Spiel. I need a ship. Give me a six. What the hell? Yay. No full ship. No score. I wonder what we would have done if we didn't find these dice. I don't know. Probably read all these books. Ugh. Boring. You remember that time I beat Dad at chess? You mean, we beat Dad? Yeah. Yeah. You did help me distract them. I bet he would have liked this game. Definitely. He was a great pirate. Just like us. Captain Diaz, King of the Seas. And I win. And I win. Do you know what it means? Yeah, okay. You want it. Here's my bag. Mmm. Let's see. Here. What do you think? Okay. Is that Mushroom? Yes. I know I'm not as good as you, but... No, it's... It's really cool, dude. Thanks. So, let's do another one? I don't know. 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 It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. She has to pee. Okay, okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. Gross. You're right. Don't smoke. But... It's our last night, so... We can do anything. All right, all right. I heard you the first time, dude. And I saw you the next day. You're gonna break me up at this party, but... Then... There's... No. That was fun. No, no. Okay, huh? I love you... I don't need you. I love you. I love you. Eigentlich wäre es so schön, wenn die Umstände nicht so scheiße wären, aber das Thema hatten wir ja schon mal. Das war's für heute. Life is Strange 2, Episode 2, Rules. Das ist einfach zu süß. Das war's für heute. Er nimmt die Kerze mit und ross den Blatt Zelt dahinten. Was ist denn die Zauberei? Amen. 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 Hey Daniel, how are you doing? I'm coming. Muss ich die rauslassen. Ok, ich muss sie rauslassen. So, what's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Hey, cool down. It's gonna be okay. I know, but... What did you pack in? What the f... Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your... Super strong... Big brother can help. Awesome. Thanks, Shawn. Well... Looks like we're almost set. Oh... Where's Mushroom? Still... Peeing, I guess. I'm gonna check what she's up to. Okay. I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. 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 All done. Where the hell is he? Daniel! Daniel! Hey, you out here? Daniel! Daniel! Wo ist er? Wir haben eine zwei-Dage-Walk vor uns. Wir müssen gehen. Was ist hier passiert? Daniel? Wo bist du? Das ist nicht gut. Daniel? 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 Geh weg! Geh! Nein! Nein! Mushroom! Warum? Scheiße. Daniel. Ich bin sehr entschuldig. Ich würde einfach... Ich hätte nichts verändert, um ihn zu töten. Ich bin gerade hier. Das ist so eine Scheiß-Szene. Ich hasse die. Wahrscheinlich habe ich deswegen damals aufgehört, das Spiel zu spielen. Auch so schade, dass man es mit nichts verhindern kann, mit keiner Entscheidung. Das ist so eine Sprecherzmögliche. Ich habe diese Sprecher zu machen. Seht ihr? Da müssen wir. Das ist alles. Das ist Buhlschit. Ich kann nicht sogar Bury her. Well, unless you want to say something. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember running through the snow with you. And how you snuggled. And I'll never forget you. Never. Thank you, Mushroom, for looking after us in these woods. You won't be forgotten. Sean, do you think she's up in heaven? With Dad? Yeah. I'm sure he will look after her. Wait. What about his allergies? Don't worry, Inanna. There's no allergies up there. They'll be fine together. Okay. We should go. Let's get away. Okay. Wehe, der bekommt am Ende von diesem scheiß Spiegel keinen neuen Hund wenigstens. Er sitzt Mushroom dann immer noch nicht, aber wenigstens einen neuen Welpen, mit dem er so kuscheln kann. Aber jetzt kann ich das lesen. Da steht Wolf's Insight. Ich wünsche, dass wir nicht gehen mussten. Ich mag das Haus wieder. Komm schon. Wir messen die Straße an. Was geht um meine Tränen? Könnten wir sie aufheben? Können wir sie aufheben? Sie beschützen nicht die nächsten Runde und keine Wände zu bleiben. Ich habe beide Sie in charge. Auf der Haus-Mushroom. So lange, meine Freunde. Und ich würde an deren Stelle, wenn das hier alles vorüber ist und so läuft, wie man sich das wünschen würde, würde ich wahrscheinlich alle Orte, an denen ich so länger war, mal nochmal so, oder an denen besondere Erlebnisse waren, mal nochmal so abgehen irgendwann, mit dem Auto oder so mal hinfahren. Einfach ein bisschen zurückerinnern. Wobei hier auch viele schlechte Erinnerungen hochkämen dann, leider. Da hat man schön die Schuhe voll mit Schnee. Wenn man da so eine Turnschuhe durchlaufen muss, richtig schöne eiskalte Füße. Okay. 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 Ich habe die Lüge, dass der Vater noch am Leben ist und sie einfach nur so eine Campingtour quasi machen, die hätte sowieso nicht ewig aufrechterhalten können. Irgendwann hätte Daniel keine Lust mehr drauf gehabt. gerade jetzt, wo er auch krank ist. Gerade jetzt, wo er auch krank ist. Ich wundert es immer, dass die noch keiner wiedererkannt hat. Aber das ist vielleicht das Gute daran, dass die Leute immer unaufmerksamer werden. Ja. 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 Äh. Ja. Wir haben es, Daniel. Es ist ein lange Zeit seitdem ich hier bin. When war das? Das passt im Moment nicht zu euch mit dem super clean. Tut ihr aber. Gut, viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Wäre es dann hier so geschmückt? Wir müssen etwas herausfinden. Na gut, ein Foto. Vielen Dank. Es ist eine lange Geschichte. Oh, du poor thing. Du kennst, er ist sick, nicht wahr? Ja, aber... Okay. Inside. Both of you. Ich glaube, diese Geschichte, die er jetzt erzählt oder was auch immer als nächstes kommt, vielleicht hat er es auch schon erzählt, ich weiß nicht, hebe ich mir auf jeden Fall für die nächste Folge auf. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen bei euch und hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.